So meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier bei Tigersteel. Und ähm, ähm, ja hier sind wir, oh shit. Okay, die sind hier wirklich überall. Ähm, genau hier haben wir aufgehört und hier setzen wir wieder fort. Wir sind hier auf der Flucht von Lazarevic, der Hauptbösewicht hier im zweiten Teil von Uncharted am Monfeifs. Und wir müssen hier ziemlich gut aufpassen, dass hier nichts Schlimmes passiert. Ich brauche eine Waffe. Ja, und die hast du auch hier. Oh, die ist jetzt runtergefahren. Die ist jetzt trotzdem, oh mein Gott. Keine gestorben, lustig. Das ist das einzige, was die sagen. Nach einer Granaten-Explosion. Oh shit. Ich habe keine Waffe, verdammt. Ich habe keine Waffe. Ja, wie sollte ich das tun? Meine Pistole ist runtergefahren. Ey, Leute, nein, echt, man. Das gibt es ja nicht, man. Das gibt es ja nicht, Leute, man. Das gibt es ja nicht, Leute. So, die Waffe gehört mir. Okay, jetzt sieht es schon mal besser aus. Stirb. Der muss hier sterben. Oder? Moment. Oh, der ist runtergefahren. Gott sei Dank, Steph. Der ist einfach hier. Und du, was hast du hier das Gefühl, Mann? Alles klar. Okay, gehen wir zu dem Wasserturm. Was? Dreieck? Wieso so? Beeindruckt, dass ich sie alle allein geschafft habe? Beeindruckt? Ist nicht das richtige Wort. Das ist eine Feuerleiter, aber ich komme nicht ran. Ja, ja, ja. Die bewegt sich hier genau wie Chloe, wenn sie raufklettert. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Auch immer den Arsch raufziehen. Sobald man den Kollegen hier geholfen hat, nach oben zu kommen. Gratuliere, Elena. Aber Moment, ich will hier nochmal kurz rauf. Es gibt hier 100 Pro in Schatz. Ja. Weiter geht's. Ich muss zugeben, on shorted 1 ist die Schatzsuche viel einfacher gestaltet. Aber es gefällt mir hier im zweiten Teil, umso besser, wenn es schwieriger ist. Sie hängt fest. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Ja, das denke ich auch. So. Schnell, schnell, schnell. Ich komme vielleicht vom Zirkus, aber du bist hinter Gittern. Und was sagst du nun? Okay, es ist nur noch die Frage, wie komme ich hier rüber? Oh shit. Zurück. Na, passt. Na, bitte. Versuch's jetzt. Okay. Komm jetzt. Bin beeindruckt. Oh nein. Hey, da ist jemand. Mist. Oh shit. So. So. So, bitch. Ja, aber kannst du mich... Ey, die Headshots in diesem Spiel sind ja der Hammer. Ey, stirb! Kommandrisen! Uah! Uah! Das waren wohl alle! Oh nein. Kommandrisen! Uah! Ich hab' doch keine Ahnung, von welcher Richtung die alle kommen, verdammt! Schöne Ballettstunden. So. Und jetzt von hier. Okay, da kommen noch mehr! Du regst mich auf. Ja, schieß deine eigene Deckung weg, Alter. Wirklich. Oh, was war das bitte? Oh man, Leute. Echt. Du regst mich hier auf, man. Andere Seite. Oh, oh. Oh, andere Seite. Oder? Oder wo? Okay, da kommen wir noch mehr! Ja, ja, ja. Ist gut. Komm. Glaub sie! Das waren wohl alle! Oh nein. Boah, sie kennt auch! Die hören nicht auf! Oh, wie schnitt das? Na los! Von wo, Mann? Gib dir Dreck hoch! Ich hab' keine Munis. Ich hab' keine Munis. Ich hab' keine Munis. Jee! Jee! Rauf! Ey! Du musst rauf! Oh mein Gott! Perfekt! Nicht schlecht fürs Vorjahresmodell! Das wollte ich schon lange! So, ein Schatz gefunden! So! Oh! Okay, wo ist die jetzt hin? Ah, hier! Die Leitung! Okay, okay, okay! Ich schau'n, ob es hier auch einen Schatz gibt. Nein! Super, wir sind beim Wasserturm! Ja, geschafft! Okay, runter! Oh! Oh! Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran! Da ist sie! Flynn hat sie! Hast du Zweifel? Nein! Okay! Ich glaube, die wollen aufbrechen! Wir müssen uns beeilen! Ich geh' da jetzt runter, allein! Nate! Warte, warte! Hör mir zu! Du hörst nie zu! Du gehst jetzt da rüber! Und holst uns einen von diesen hübschen... Geländewagen! Geländewagen! Hm! Du machst den Fahrer! Ich geh' da rein, schnapp' mir Chloe und du kommst dann kurz danach... Mit dem Fluchtwagen! Mit dem Fluchtwagen! Ja, ist klar! Dir auch? Glaub schon! Los! Und los geht's! So! Okay! Wow! Ja! Ja! Mal Vorsicht! Okay! Okay! Jetzt muss ich schauen, wie ich hier runterkomme! Also, was haben wir hier? Und zwar... Hier runter! Lalalalalalalalalalalala! So! Ich lebe den Geruch von Zügen am Morgen! Ich steh' jetzt! Ich steh' jetzt! So wird's gehen! Okay! Voila! Also, wie komme ich jetzt weiter? Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie... nach oben kommen! Von da oben sieht man besser! Aha! Da ist der Zug! Verdammt! Wie komme ich da runter? Hm... Wie können wir hier runter? Ähm... Ich hab... Keine Ahnung! Ich hab... Keine Ahnung! Geschafft! Okay! Ähm... Wie kommen wir hier rauf? Das ist jetzt nur die Frage, ne? Ähm... Weiß nicht! Ich... Ich... Ich ist ein bisschen zu dunkel für mich! Ich hab' keine Schätze hier! Ah! Ah! Ich glaub' nicht, dass sie... Dass ich hier was tun kann! Ah! 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 Okay, Leute! Ich hab' keine Ahnung, was ich hier zu tun muss! Ah! Ich muss von dort! Ah! Ich vollidiot! Ich vollidiot! Ja, ja! Ich weiss wo! Ja! Es muss einen Weg raus geben! Ja! 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 Den finden wir jetzt! Hm! Oh! Vielleicht kann ich das alte Ding bewegen! Vielleicht, ja! Äh! Hab' ich nicht gedacht! Schöne Scheiße, Rick! Ich hab' ich nicht gebläht! Ah! Sein... Habt ihr den... Ah! Habt ihr seine Herzkette gesehen, Leute? Oh! 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 Und was? Oh! 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 Leute. Okay. Let's get closer. Let's get closer. Come. Hey, reg mich nicht auf hier. Ich hab gesagt, reg meine Anja nicht auf, Mann. Komm, 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 komm. Wow, das ist ein Skylos. Okay, kein Läzertipp hier. Was soll das jetzt bitte? Was soll das jetzt? Komm, 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 komm. Komm schon, Elena, wo bist du? ist er jetzt aber fertig mit lustig hier bitte oh shit ok wo ist die ich brauche dich ich brauche dich Berlin drum schießen hier aber nicht das Fahrzeug strecken gut ausgebildete Leute das beantwortet meine Frage und wie bitte willst du sie von dem Zug runter bekommen soweit habe ich auch nicht geplant natürlich ok ok auf geht's halt dich fest noch ein Stück jetzt spring ja so das ist wahrscheinlich ein neun Kapitel hier jawohl also Leute danke fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß teilt das Video abonniert mich auf Youtube und Twitch kommentiert das Video like das Video und wir sehen uns das nächste mal Leute ciao zusammen wie aber hier ja Oh, shit. So, Daniel, let's do it.